Herzlich Willkommen zurück zu Splatter Blood Red Edition. Schon blutig und geschnetzelt mit dem Pferd geht es rein in die Geschichte eines Mannes, dessen haben wir nicht wirklich kennen, aber er ist gut bewaffnet. Und das, das zählt heutzutage. Oh shit, und es geht gut los. Die Wichser können durch Glas gehen. Ich habe mir gerade überlegt, ob es eine klure Idee wäre, gegen das Glas zu schießen. Siehe da, es ist keine gute Idee, aber es interessiert die Zombies so. Oh mein. Okay, okay, machen wir es auf die harte Tour. Nee, du kriegst mit der Pistole. Dich mag ich. Du kriegst es normal. Mit Schmackes. So, wegballern hier, was ist die? Auch irgendwas hier? Nein, dabei nicht. Okay, okay, die kriege ich so weg. Kein Problem, kein Problem, kein Problem, sag ich. Ich habe irgendwas, irgendwas in die Luft gesprengt. Wollte ich genau, was es war. Okay, wenn mein Charakter noch ein bisschen schneller laufen könnte in dieser Situation, dann wäre das wirklich sehr von fordern. Holy. Okay. Weil ich die Schuss habe, nehme ich die Schuss auch her. Hallo. Okay. Das läuft ja einigermaßen. Gott sei Dank, wohlgemerkt. So. Ah, noch nicht ganz. So, weg mit dem hier. Und jetzt muss ich... Ja, natürlich hier rein. Oh, 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 oh. So. Ich sehe gar nicht ein, dass ich anfange hier, Schrofflind-Munition zu verschwenden. Für einen Drecks-Zombie? Hallo? Ich habe es gewusst, einer war noch hier. Okay, jetzt allmählich wird es doch Zeit, dass ich mehr auf die Schrofflind drübergehe. Ah, okay, vergess es. Wir bleiben bei der Pistole. Ist das hier auch was? Ja, Schrofft! Oh, shit. Gut zu wissen, dass ich sowas sehen kann. Okay. Geld einsammeln. Wie viel haben wir momentan? 415, wir könnten die Pistole auffristen, wenn wir wollten. Wenn wir wüssten, wie. Denn ich weiß es im Moment nicht. Hier geht es nicht lang. Na, dann gehen wir nach oben. Was soll's. Ist kein Ding. Hallo? Ah, es riecht in hier. Und was ist das Geräusch? Das ist der leidenschaftliche Sound von Sex. Und wie man sieht... Ah! Wie man sieht, es ist übler. Leidenschaftlicher Heterosex. Okay, mehr ist hier nicht. Weiter geht's. Hallo? Ich sehe da oben Schockern. Ah, schon wieder! Du blöde Scheißdrex. Jetzt gehst du aber halt mich auf den Sack. Okay. Healthpack. Äh, what? Hi. I got into a gun's door when suddenly this man entered through the front door. Okay. Hey, don't worry. I just wanted to get a weapon, you know? I have to defend myself somehow. Shut the fuck up. Das sehe ich gar nicht an. I couldn't allow him to get his hands on a weapon. But he had some useful stuff on me. Meine Entscheidung. Meine Entscheidung. Jeder, der mir hier entgegenkommt, muss sterben. Außer wenn dieser jemand unglaublich riesige Brüste hat. Dann mache ich eine Ausnahme. Alles andere muss heute Nacht sterben. Dies ist die Nacht des Todes. Und ich bin der Todbringer. Okay. Okay. Hm. Okay. Holy. Fuck, fuck, fuck. Ich weiß nicht, wo die allesamt herkommen. Aber da unten muss ja richtig viel Zeug liegen. Wenn da so viele von denen sind. Heilige Scheiße. Okay. Sektor cleared. Mehr oder weniger. Irgendwas zum Verzehren hier? Nee. Hallo? Kurz rein und wieder raus gehen. Ich will nicht schon wieder von so einem Tentakelviech überfallen. Und gefickt werden. Das muss nicht sein. Nicht heute. An jedem anderen Tag, aber nicht jetzt. Okay. Und es geht weiter. Nach Norden. Eigentlich soll ich da rüber gehen. Ich weiß nicht. Nö. Wir gehen hier entlang. Ja. Es ist mehr oder weniger der richtige Weg. So. Alles weg. Irgendwas ist da. Oh. Okay. Hau. Kleiner Pinscher, du. Okay. Jetzt läuft's aber allmählich. Immer noch mit der Pistel unterwegs, was cool ist. Ähm. Hallo. Okay, jetzt brauche ich die Schröten. Wow. Es scheint, dass die Kreaturen so Licht. Ha. Gott sei Dank. Äh. Licht, 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 Licht. Na ja, gut. Das haben wir nochmal gut überstanden hier. Mal kurz schauen, aber ich glaube, das war, das war bloß irgendeine Art Eingebung von mir. Also ich glaubte, dass alles, was zerstört werden konnte, Geld eventuell beinhaltet. Ich habe mich geirrt. Es geht weiter. Oh mein. What the fuck? Letztes Spielstandladen. Danke. Ach so, dann gehe ich erstmal nach unten. Scheißen Dreck hier. Okay. So. Und jetzt sagt mir, wo ich jetzt hinlang gehen soll. Ich will auf jeden Fall zu dem Geld. Schrot raus. Scheiß auf das Geld. Let's go. Let's go. Leute, weggefickt. Dass das Ficken gar keinen Ausdruck mehr geht. Oh scheiße. Gott, dammit. Gott, okay. Wir ficken, wir ficken neu. Auf geht's. Auf, ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Das war sehr schlecht von mir. Ich soll eine verdammte... Seit wann habe ich Leuchtfackeln? What the fuck? Schön, dass mir das mal gesagt wird. So offen unhehrlich. Oh, das war eine sehr schlechte Idee jetzt gerade. Leuchtfackel. Leuchtfackel. So weit. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Wie werfe ich eine Leuchtfackel? Verdammt nochmal. Mit der rechten Maustaste. Natürlich. Okay. Nächstes Mal weiß ich Bescheid. Das werden die Viecher automatisch stärker. So. Gut. Hier rein. Okay. Sowas reinwerfen. Danke. Gehst du weg? Ich könnte aber weitergehen, wenn ich gerade. Fuck you! Fuck! Was ist das hier? Was? Okay! Whatever. Okay. Okay, ich hab dich gesehen. Warg ist das gar nicht, du blöder Frosch. Leck mich am Arsch. Okay. Okay. Medipack. Ja, ja. Sorry, aber ich hab nicht erwartet, dass ich in dem Spiel zu viel lesen müsste. Ja, ab hier lassen wir es uns erstmal gut sein. Wir haben genug geschnetzelt, wie man ganz offensichtlich an den ganzen Blut und in den Innereien ziehen kann. Das freu ich mich, dass das alles hier liegt und jetzt jemand nicht verrotten muss. Hoffentlich hat euch dieser Part genauso sehr gefallen wie der erste. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Habt noch viel Spaß auf YouTube. Baut auf Lutz, verabschiedet sich von euch mit folgenden Worten. Bye, tschüss.